Aufmerksamkeit Daniela, was hat die zum Radsport bewogen? Training im Winter. Bist du immer noch voll im Saft, oder wie schaut es aus? Also mit Partnerin, nein, Nina. Voll im Saft, also mit Kindertraining. Ah, das ist richtig Kindertraining, gell. Ja, Daniela Seisenbach, wir kennen uns schon lange, gell. Also, hab ich irgendwo noch im Hinterkopf, hab ich das gehabt, also Tiefschnee-Weltmeisterin im Gym-Klan. Tiefschnee-Fahren. Ja, ich darf euch im Namen des UAC-Stück oder der Kälbsherz begrüßen. Zu unseren jährlichen Bergerinnen auf die Skitlobüte, zu unseren Gaudi-Rest von Blötsinger. Großart, großzügig unterstützt. Uns freut es besonders, dass wir heuer ein bisschen mehr Starten zusammenbringen. Also Startenfeld schaut jetzt schon richtig nach Händen aus. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Temperatur passt auch einigermaßen, also wenn es bei dem Saftichel noch heiß auch noch ist, dann geht es gleich, oder? Also, ich wünsche euch ein schönes Rennen und alles Gute. Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Ich habe den Autoristen, Servus Wolfgang. Ich werde dich im Saftichel, Wolfgang. Mal schauen, wie die Glauben da ist. Vier, drei, zwei, eins, auf! Wolfgang, 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 Wolfgang WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh. Bravo. 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 Super! Super! Hey Marco! Super! 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 Der neue Vereinsmeister vom URZ Eika Stöger ist! Christian Stöger! Bravo! Super! E-Volt von der 67 auch her! Ganz vorne mit dabei! Und die 10 sprinten ihn noch nie! Der 67 cool der Christian! Und Georg Unterrenner! Roman Willeke schon da auch! 22,09! Schau mal, was ist das feine Nummer? Bitte die Nummer genau anschauen! Das war jetzt 9,08! Dann kommt die 16! Johannes Winterrath und Jan Unterlau Langerberg! 22,09! Das ist die Nummer 24! Thomas Scheiling! Unser Mediziner von Sportbettels! Super damals! Gestern noch bei der Trophi Stiegelreiter unterwegs! Heute schon wieder hier! Thomas Koller! Der letzte Gefreundsmeister, die 28! Bravo! Super! Achim Heinze mit der Nummer 6 auch dabei! Fünf Bernhempel! Auch immerher noch voll im Saft Bernhempel! Matthäus Fischbacher, der Langläufer aus Walgsee! Da waren die 19 auch mit dabei hier! Fünf Bernhempel! Martin Kopp! Hans-Georg Raschberger! Fünf Bernhempel! Hubert Ellinger müsste das sein! Ja! Hubert Ellinger! Bravo! Gottfried Bauer! Auch stark unterwegs! Vom Ferrandkletter! Vom UAC Reikas Schilgebs! Bravo! Witzerteilnehmer Günther Windauer! Roman Ellinger noch! Vom UAC Reikas Schilgebs! Den Teamchef von der Radio Niederlande! Team Sattuvento! Jan Grevendieb! Hau im Dekot vom Flötzinger Breu! Peter Meier vom UAC Reikas Schilgebs! Jan Grevendieb! Jan Grevendieb! Witzerteilnehmer! Jeden Tag der Räufer! Schau! Den Guten treu! Flötzinger treu! Vom BES Vibes! Vopop Simon! Simon! Vom UAC Reikas Schilgebs! Vom UAC Reikas Schilgebs! Vom UAC Reikas Schilgebs! Vom UAC Reikas Schilgebs! Andreas Kupp, die 66 und die 59, 59 und der Matanti, die 23, Applaus für die 23, Martin Hubschweiger. Werdenhard Tappfeldtaler von Dries Kupstein. Ups, das Zanker. 48, 46, Berdy Huber, wer ist weibes? 17, Stefan Obermoser, Röhrgottelang. 7, 1. Kirchnerlöser, ja sehr gut. 18, 2. Jan Vronauer, blauer Seder. Ja, super Klaus. Applaus, wir haben Klaus. Wir sind die 65, Micky Freisinger, ein Frieder, das ist super, Micky. Der ganze Hörbursche, der Micky Freisinger. Ich habe mich ungelaufen. Ich habe einen von den zwei Malen. Rene, ich rube. Das ist gleich herflich. Und auch ein ganzes Spiel. Das ist der Rene, ich rube. Bravo, bravo. Bravo, wir sind ein ganzes Spiel. Wir haben einen Frieder, der von Ries Kupfer. Bravo, man sieht. Ja, bravo. Da berühren wir einen Griechen. Wir haben die Handfrisch-Uerze, Stülmer-Nipps-Bier, Mannschaft 4. Und die 45. Die nächste Dame, Nadine Kirchner, herzliche Gratulation. Herzliche, große Wälder. Armin Aschberger, Platz 2 bei den Damen. Gefolgt von der Nummer 7, die Navi Trenta. Herzliche Gratulation. Super. 37 Augen, Applaus für die 37. Für Simon Krampiglar. Armin Karr-Junior-Chef. Danke, Armin Karr. Ich war höchstreicher Meister bei mehrfachen Eiseln, aber lange sehr. Danke. So, Applaus auf die Pertung 50. So, Walde, hin und alle. Sie sind doch 30. Yee, hoi. Super. Dann hängt er 30. Danke. 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 Ruh, ruh, ruh. Vötre Däminz, ihr mit der 55. Skopftein. Christian. Rüner Christian, die 60, von dem BB-Shop. Super, Christian. Hier, Lohr. Hier, Lohr. Hier, hier. Hier, hier. Hallo, Skopftein. Rüner, von 3, Skopftein. Das war der Vorstand. Sehr gut. Ah, passt. Dann wird er wieder, passt. Komm, 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 komm. Seidreich, oder? Seidreich, oder? Seidreich. Seidreich, Opa. Jawohl. Wenn ihr 30, Mittern Metern, 22, Die Familie Seisenbacher ist mit dabei, die Mama, die Tiefschnee-Weltmeisterin, die immer synchron Skifahrer sind. Meine Damen und Herren, das ist ein Sonderapplaus wert. Die Familie Seisenbacher ist mit dabei, die Mama, die Tiefschnee-Weltmeisterin, die immer synchron Skifahrer sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020